England ist der Supermeister. Wir kommen zum Hauptkampf morgen Abend. BBO-Weltmeisterschaft im Großengewicht über zwölf Runden. Alle guten Dinge sind drei. Einmal unentschieden, einmal hat er verloren. Diesmal will er gewinnen, der Mann aus Großbritannien. Hier kommt der Herausforderer, der Challenger, Ola Afolabi. Heute begrüßen wir auch einen Ex-Weltmeister aus dem Sauerlandstall, Graziano Rochigiani. Herzlich Willkommen, Ola Afolabi. Und hier ist der Herausforderer mit seinem Trainer, Fritz Kudek, dem wir immer ganz besonders herzlich begrüßen. Und wir sagen noch einmal, hallo, Ola Afolabi. Fritz Kudek hat sich ja diesmal festgelegt, er sagt, wir gewinnen vollzeitig. Und er ist kein Mann auf einem großen Brüchen. Und er ist kein Mann auf einem großen Brüchen. Eick-Konzer, 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 Eick-Konzer. 99,8, 89,9,9.8. Und die Wälder schaut sich das nochmal genau an. Ola! Es wird ja auch das Duell der beiden Trägerfreunde, obwohl Fritz Kulig sagt, davon halte ich gar nichts. Wir sind zwar Freunde, aber dieser Kampf wird uns nicht auseinanderbringen.